Kapitel 2 Dies war das erste Mal, dass Lauren allein verreiste. Sie war schon nervös, obwohl sie noch nicht einmal das Schlimmste erlebt hatte. Sie war jetzt im Zug, dem leichten Teil. Wenn immer irgendjemand vorbeikam, um sich auf den Platz neben ihr zu setzen, nahmen sie sich ein Taschentuch und tat, als ob sie einen Schnupfen hätte, damit die Leute einen Bogen um sie machten. Was sie nach Möglichkeit vermeiden wollte, war, dass irgend so eine alte, grantige Frau sich neben sie setzte und sie deswegen noch ihre Station verpassen würde. Sie benutzte auch ihr Gepäck, um eine Barriere zwischen sich und den anderen Passagieren zu erreichen, so dass sowohl ihre Privatsphäre als auch ihre Würde gewahrt blieben, während sie recht ruhig ihr zweites Frühstück aß. Es bestand aus vielen Dingen, die ihre Eltern ihr nie erlaubt hätten, wie zum Beispiel Speck, sie fand schnell heraus, dass sie diesen überhaupt nicht mochte, und dazu Dr. Pepper und einen Rocky Road Schokoladenkuchen, sie hatte sich den mit den meisten Marshmallows ausgesucht und fühlte sich ganz kindisch deswegen, und eine heiße Schokolade, alles vom Laden im Bahnhof. Bald merkte sie jedoch, dass wie viele Menschen ihr Bauch nicht so viele Schokolade vertragen könnte, und sie steckte den Schokoladenkuchen wieder weg für später, wenn sie wieder hungrig sein würde. Sie beobachtete die Häuser, wie sie vorbeisausten, und als sie dessen müde wurde, öffnete sie das Stolz- und Vorurteilbuch, das ihre Eltern ihr zum vierzehnten Geburtstag geschenkt hatten. Sie hatte es nie gemocht, um es ganz unverblümt zu sagen, aber sie las es dennoch, um gebildet und erwachsen zu erscheinen, obwohl sie jetzt dieselbe Seite seit fünfzehn Minuten gelesen hatte. Sie hatte sich noch nie so allein gefühlt, und deshalb bestand ihr Abwehrmechanismus darin, so stark zu erscheinen wie möglich, also setzte sie sich aufrecht, blickte aus dem Fenster, wurde sich ihrer Freiheit gewahr und grinste wie ein Honigkuchenpferd. Nicholas kannte die Strecke von Surrey nach London, weil er an Wochentagen jeden Morgen pendelte. Dennoch war er diesmal aufgeregt, er war seit Jahren nicht mehr ohne Jen verreist, und nun, da er im Begriff war, es zu tun, schien er daran interessiert zu sein, herauszufinden, wie einsam er ohne sie sein würde und wie sehr er von ihr abhängig war, wenn es um Arbeiten im Haus und solche Sachen ging. Natürlich konnte er kochen, aber er würde bald herausfinden, wie gut er auf einer Keramikkochplatte kochen können würde. Er hatte Bilder vom Hotel und dem Zimmer gesehen, und er fand das alles ganz niedlich, bis er herausgefunden hatte, dass es auf Selbstverköstigungsbasis war. Das bedeutete, dass er zum Supermarkt gehen musste. Google Maps zufolge war der Supermarkt nicht weit vom Hotel, aber das bedeutete, dass er sich dort auf Italienisch verständigen musste und er kannte kein Italienisch. Das machte ihn nervös. Er verabscheute peinliche Situationen, besonders solche mit Sprachbarriere. Als er das erkannt hatte, hatte er ehrlich erwogen, den Flug abzusagen und eine Reise nach Amerika zu buchen, aber dann dachte er, dass er dort nicht so schönes Essen, so schöne Landschaften und so herrlichen Wein haben würde. Er stellte fest, dass er einen Kompromiss machen musste in Bezug auf die Sprache. Er würde versuchen zu lernen, aber wann immer er versuchte, in italienischen Restaurants das Essen auf italienische Weise auszusprechen, verstand ihn sowieso keiner, und das war sogar noch peinlicher und beschämender, als es nicht einmal zu probieren. So entschied er sich, es einfach sein zu lassen, lehnte sich im unbequemen Zug zurück und schaute aus dem Fenster, wo der Blick vom Staub auf die Scheibe trübe war. Nach einiger Zeit erreichte er den Flughafen, stieg vorsichtig aus dem Zug in das eindrucksvolle Gebäude, das sich über ihm auftat, und machte den ersten Schritt seiner Reise. Er checkte ein, was eine ganze Zeit dauerte, weil die Computer aus irgendwelchen Gründen nicht funktionierten. Aber das machte nichts, denn die Frau hinter dem Check-in-Schalter schenkte ihm ein freundliches Lächeln. Sie zeigte ihre neuen, geweißten Zähne und tippte mit dem Zeigefinger dagegen. »Colgate, Max White, sagen Sie es Ihrer Frau, dass Sie welche davon kauft,« sagte sie ihm und lächelte noch, als er schon wegging. Nicholas verdrehte seine Augen und ging weiter zur Sicherheitskontrolle, nahm seine Körperpflegemittel in durchsichtigen Flaschen aus seiner Tasche und legte sie in die große Schale. Er war vorher nur einmal im Ausland gewesen. Er hatte einen Patienten behandelt, der in Frankreich wohnte. Nicholas war im Hochsommer gefahren, und mit granatapfelfarbigen Klecksen von Sonnenbrand auf Armen und Beinen zurückgekommen. Er schüttelte das Bild dieser Erinnerung aus seinem Kopf, während er seine Hosen und Jackentaschen von all dem Kleingeld entleerte, das noch von seinen Einkäufen im Tante-Emma-Laden für sich und seine Frau stammte. Er ging durch den Scanner, sammelte seine Taschen wieder ein und saß nahe dem Flugsteig und wartete auf das Flugzeug. Lauren nahm ihre Taschen von der Gepäckablage, stieg aus dem Zug und begab sich zum Check-In-Schalter. Eine attraktive Frau mit einem charmanten Lächeln und frischgeweißten Zähnen begrüßte sie. »Es kann vielleicht ein Weilchen dauern, mit dem Einchecken heute. Die Computer funktionieren nicht, wissen Sie,« sagte sie zu Lauren und beobachtete sie, als sie zurücklächelte. »Schöne Zähne. Ich benutze Colgate-Maxwhite.« »Colgate-Zähne?« Lauren runzelte die Stirn. »Die sind schön, Ihre Zähne, meine ich.« »Nein,« kicherte die Frau. »Ich benutze Colgate-Maxwhite-Zahnpasta. Was benutzen Sie?« fragte sie grinsend. »Meine Eltern haben nur irgendwelchen blöden organischen Scheiß. Aber das wirkt echt nicht wirklich scheiße,« stotterte sie. Dann lächelte sie und schüttelte ihren Kopf darüber, dass sie sich hier über Zahnpasta unterhielten. »Computer laufen wieder. Entschuldigung für dieses Gespräch. Ich habe versucht, sie abzulenken, damit sie sich nicht beschweren. Wir kriegen so viele Beschwerden, wenn die Computer nicht funktionieren, wissen Sie,« informierte die Frau Lauren, während sie von ihrem Bildschirm heraufsah und Lauren angrinste. Nachdem sie eingecheckt hatte, ging Lauren zügig durch die Sicherheitskontrolle und weiter in den Wartebereich beim Flugsteig. Sie setzte sich hin, ein wenig nervös über das Fliegen, aber sie brachte sich in Erinnerung, dass dies ihre Chance war, unabhängig zu sein, und sie wollte jede Minute davon genießen. Sie erwog, in das Duty-Free-Geschäft zu gehen und einen Wodka mit Cola oder so etwas zu kaufen, aber sie wollte sich auch an den Flug erinnern können, aus irgendwelchem Grund, und so kaufte sie sich nur eine Cola und versprach sich den Wodka für später. Sie setzte sich wieder und trank ungeschickt, sah sich um, um sicher zu gehen, dass niemand sie sah. Sie sah nicht alt genug aus, Alkohol zu trinken, obwohl es nicht wie Wodka und Cola aussah und sie schon 19 war. Trotzdem, sie hatte immer schon ein Kindergesicht gehabt und die Sommersprossen halfen auch nicht gerade. Eine Weile, nachdem sie ihre Cola getrunken und einfach so da gesessen hatte und den Flugzeugen beim Abheben zugesehen hatte, merkte Lauren, dass das Personal begann, die Leute ins Flugzeug zu lassen, und so hielt sie ihre Bordkarte fest in der linken Hand, mit der sie schrieb, und schloss sich der Schlange an, die schon immer länger wurde. Bald schon ging sie dem Flugzeug auf der Brücke entgegen, sie folgte einfach den Hunderten von Leuten, wie es ihr schien, und sie grinste, weil sie wusste, dass ihr Urlaub jetzt bald anfangen würde. Nicholas hatte seinen Platz schon gefunden und er hoffte, dass niemand neben ihm sitzen würde. Er wusste natürlich, dass irgendjemand sich irgendwann neben ihn setzen würde, aber im Moment war er gern allein. Auf dem Flug nach Frankreich damals hatte er neben einer älteren Dame gesessen, die ihm ausführlich von einem Film erzählte, den sie gesehen hatte, obwohl er ihr immer wieder erklärte, dass er den Film nicht gesehen hatte. Dann war sie dazu übergegangen, ihm von ihrem Sexleben mit verschiedensten Millionären zu erzählen. Nicholas, der ein extrem, vielleicht sogar lächerlich höflicher Mann war, hatte da sein Smartphone angestellt und die Ohrhörer eingestöpselt. Es hatte aber nicht viel geholfen. Sie redete dennoch den ganzen Rest der Reise hindurch, obwohl ihre Stimme dank der Ohrhörer zu einem Hintergrundgeräusch geworden war. Aus diesem Grund war Nicholas etwas besorgt, neben wem er werde sitzen müssen. Er mochte niemanden, der zu viel redete, obwohl er nichts gegen eine nette, lockere Unterhaltung hätte. Für eine Reise von unter vier Stunden war das sogar, was er brauchte. Bei über vier Stunden redete er nicht gern. Er hatte den Fensterplatz, musste also nur neben einer anderen Person sitzen, und das war gut, denn der Mann am Ende der Reihe schien sich sehr für ihn zu interessieren und eine Barriere zwischen ihm und dem Mann zu haben, war wesentlich. Die Barriere kam schließlich an, aber es war keine Barriere, sondern eine Frau, an der Nicholas Bewunderer noch mehr Interesse fand. Sie bemerkte die Augen beider Männer, die auf ihr verharrten, als sie sich hinsetzte, ihren Sitzgurt festzog und in der Bordillustrierten blätterte. Sie blickte flüchtig auf Nicholas mit einem gedeckten, halben Lächeln. Lauren lächelte den Mann zu ihrer Linken an, etwas nervös. »Hallo, ich bin Lauren«, sagte sie und sah wieder in ihrer Illustrierte. Nicholas lächelte. »Ich bin Nicholas, nicht Nick«, sagte er ihr. »Ich mag es nicht, wenn man mich Nick nennt. Es ist nicht professionell und...« »Ich mag es einfach nicht.« »Wenn Sie sich also mit mir unterhalten, nennen Sie mich bitte nicht Nick.« Lauren nickte, lächelte und legte die Illustrierte wieder zurück in die Ablage. »Nun ja, der einzig sichere Name ist Nicholas«, sagte sie. »Was?« Nicholas runzelte die Stirn und fuhr sich mit einer seiner großen Hände verlegen durch die Haare. »Das sollte ein Witz sein, ein Wortspiel. Es ist ein Zitat aus »Ernst sein ist alles« von Wilde, als Gwendolyn Jack sagt, dass der einzig sichere Name Ernst ist. »Tschuldigung, das habe ich nun auch noch nicht so gut erklärt«, stammelte sie und sah auf den Boden. »Nein, ich verstehe es schon. Ich habe mir »Ernst sein ist alles« mal im Theater angesehen.« »Lange her, aber ich kann mich noch gut erinnern. Tolles Stück«, kicherte er und lächelte Lauren an. Er konnte sie noch nicht ganz ausmachen. »Okay, gut, prima, ja, fein. Es ist wirklich ein tolles Stück, da haben Sie recht. Es ist sehr geistreich und einfach großartig geschrieben. Das hört sich jetzt alles vielleicht schrecklich an, aber ich mag es lieber als Shakespeare. »Mensch, ich klinge ja scheiß vornehm«, kicherte sie. Nicholas war im Begriff zu antworten, als das Flugzeug beschleunigte. Er grinste. »Dies ist das Beste, wenn die Räder auf dem Boden durchdrehen und das Ding schneller wird, das ist so spannend.« Als das Flugzeug abhob, griff Lauren fast automatisch nach Nicholas' Knie und hielt es festgepackt, bis sie sicher in der Luft waren und sie nur noch die berühmten englischen Wolken von oben sehen konnten. »Sie haben recht, das war spannend, unheimlich, aber spannend«, seufzte sie. »Hören Sie jemals auf zu lächeln?«, fragte Nicholas. Und verdrehte leicht die Augen über ihren Enthusiasmus. »Meistens ja, aber jetzt kann ich nicht aufhören«, sagte sie und grinste ihn sarkastisch an. »Ich bestelle mir jetzt Antipasti.« »Was denn für Antipasti?«, fragte Nicholas und blätterte durch die etwas dünne Speisekarte des Flugzeugs. »Ich weiß nicht, irgendwas, das ich noch nie vorher probiert habe. Ich nehme die Pizza mit dem Fisch, diese kleinen scharfen Anchovies«, entschied sie sich und rief eine Stewardess heran, um die Bestellung aufzunehmen. Die Stewardess nickte und ging los, das Essen zu suchen. »Antipasti heißt nicht Pizza und Sie werden die Anchovies gar nicht mögen«, sagte Nicholas Lauren. Als das Essen kam, aß sie zuerst eine Anchovie, ausschließlich, um es Nicholas zu beweisen. Als sie den Bissen im Mund hatte, füllte die Salzigkeit des Fisches ihren ganzen Mund. Sie musste sich anstrengen, herunterzuschlucken und hielt ihre Hand fest über dem Mund. »Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie es nicht mögen würden«, murmelte er. Schließlich hatte sie heruntergeschluckt und sah Nicholas an. Beide brachen in Lachen aus. Lauren aß, was sie von der Pizza essen konnte, und sie unterhielten sich während der ganzen Reise. »Sie haben mir nicht gesagt, dass meine Ohren mir so wehtun werden. Wegen dem Druck zischte Lauren ihn an und versuchte, keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, als sie bei der Landung mit ihren Fingern in den Ohren dasaß. »Meine tun auch weh, wir haben die Schmerzen zusammen, okay«, antwortete er. Nach einer Weile verließen sie das Flugzeug, während die Ohren immer noch nachhalten. »Nett, Sie kennengelernt zu haben. Vielleicht sehen wir uns ja wieder«, sagte Nicholas. »Ja, vielleicht.« Fortsetzung folgt. »Kwilch»